So Leute, das möchte ich euch nicht vorenthalten, dieser wahnsinnige Ausblick von hier oben. Das ist einfach nur gigantisch. Ja, er ist gut für mich. Krasser Scheiß. Oh, gerade noch gerettet. Jo, jetzt haben wir mal wieder. So, letzter Tag. Es geht noch zweimal rauf auf den Hackelberg Trail. Ja, und dann war es das auch schon mit Saalbach Hinterglemm. Bis jetzt eine schöne Zeit. Und das Schöne ist, wir haben heute Bombenwetter. Das ist einfach nur richtig geil. Oh, Sandy, wie immer, am Dampfen. Ja, vor lauter Hitze, die wir heute haben. Frank macht sich auch noch mal fertig. Sandy, komm, kurzes Intro-Outro. Es war geil. Am Füße kurz. Ich würde hier bleiben. Ja, so ist das. So ist das. Nicole? Ich bin abfallsbereit. Ich bin abfallsbereit. Ich bin abfallsbereit. Wunderbar. Perfekt. Frank, bevor das große Gehäule gleich los geht. Jetzt geht es mir wieder um Sack mit dem komischen Pinökel da. Immer hältst du mir das komische Ding ins Gesicht. Mein Gott, das nervt mich total hier. Fünf Tage lang, fünf Tage dieses Ding im Gesicht. Ey, cool. Das war super. Ja, was soll ich euch sagen? War eine geile Scheiße hier. Zu kurz. Eigentlich muss man mindestens eine Woche fahren. Ja, jetzt wollen wir den einen Tag schönes Wetter noch genießen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Die ganzen letzten Male. Und in diesem Sinne, habt euch wohl. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Ciao, again. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. jetzt habe ich mir dran gedacht ja 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist denn das für ein guter Kerne? Wieso? Was ist das für ein guter Kerne? Wieso? Oh Gott, bin ich ein Klotz auf dem Rad heute. Meine Fresse, das läuft überhaupt nicht rund. Ach ne, erste Abfahrt, da darf das auch. Was ist das für ein guter Kerne? Was ist das für ein guter Kerne? Was ist das für ein guter Kerne? Ist das gut? Nein. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Das ist nicht weit gekommen. Alles gut? Nicole kommt! Nicole kommt! Oh, scheiße! Oh, das war knapp! 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 Oh, das war knapp!